Zunächst wird ein Schlauchmull über das Bein gezogen, der die Haut schützt und verhindert, dass Körperhaare mit dem synthetischen Material verkleben. Er muss oben und unten mindestens 5 cm länger sein, um ihn später umschlagen zu können. Anschließend wird sowohl zirkulär als auch gezielt gepolstert. Ziel ist es, Druckschäden an Nerven und Knochenvorsprüngen zu vermeiden, zum Beispiel an der Tibia und der Fibula. Hier wird nun zirkulär weitergewickelt. Der Schlauchmull verhindert, dass die Polsterwatte verrutscht und dass sie direkt mit der Haut in Kontakt kommt. Das vermindert wiederum die Dermatitis-Gefahr. Die Longuette wird gewässert, ausgedrückt und an das gepolsterte Bein angelegt. Sie besteht aus mehreren Lagen gleich langer Kunststoffbinden. Bei der Verarbeitung von Kunststoffbinden müssen Handschuhe getragen werden, um Verklebungen der Haut zu verhindern. Es gibt 5 Regeln für das Anlegen eines Stützverbandes. Rasch arbeiten, kaltes Tauchwasser verwenden, Binden nach dem Wässern gut ausdrücken, Verband gut formen und vollständig austrocknen lassen. Überstehende Schichten werden abgeschnitten und der Schlauchverband wird umgeschlagen. Hier noch einmal das Anmodellieren. Wichtig ist, auf die korrekte Stellung der Gelenke während der Aushärtung zu achten. Das Bein wird entsprechend gelagert. Nach dem Anlegen müssen durch Blutung Sensibilität und Beweglichkeit kontrolliert werden. Die Patientin wird gründlich darüber beraten, wie sie sich verhalten sollte und worauf sie achten muss. Die stattgefundene Aufklärung wird per Unterschrift dokumentiert.